Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Spark Simulator Video vom Halloween Event 2000, ich wollte gerade sagen 2014, ich weiß nicht warum, 2023 Wir stehen hier noch in Colorado Springs, in Colorado Vielleicht ist ich so ein bisschen eine Verschnupfwirke Ich bin gerade erst aufgestanden Wir schauen aber einfach auf der Karte, beziehungsweise bei den externen Aufträgen Wo es so geht, wohin es so geht, meine Güte Ähhhhhhh Ich müsste wahrscheinlich eher den Auftrag nehmen Richtung Spokane in Washington Weil für den anderen wird es wahrscheinlich zeitlich gesehen zu eng Ich sollte vielleicht nochmal hier den Booms anmachen Da ich zumindest auf dem anderen Monitor die Uhrzeit habe, denn so viel Zeit habe ich gar nicht mehr Ähm, prinzipiell gesehen zwei Stunden Und das dürfte ungefähr hinhauen, dass es ungefähr zwei Stunden sind Das wäre halt ein bisschen zu, bisschen, bisschen mehr Aber egal, selbe Richtung Sogar in Denver Wir müssen noch Okay, wir fahren hoch nach Denver Wir fahren sogar in die Richtung von Spokane Ähm Ja, ich meine, ist ja genau derselbe Verdienst Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her Aber besser gesagt vom Strecken-Verdienst-Verhältnis her Äh, ja, würde ich sagen, gehen wir mal an Nach großer Mining Dann halt von Denver nach Spokane ist ja auch irrelevant Von wo? Machen wir, denn wollen wir mal Äh, auch, verstrangen wir uns natürlich noch an Und äh Soll ich vielleicht auch einen Gang einlegen, bevor man losfährt Äh, wir haben sogar Sind 25 Meilen bis nach Denver Beziehungsweise bis Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir holen In Denver Oh, er ist jetzt in den Outskirts von Denver Habe ich Licht an? Nee, habe ich nicht Also ich kann jetzt zumindest nicht das normal Ich hatte hier, ne, äh Ding ist Licht an Äh, äh Na, ihr wisst schon Nicht das Richtige Habe ich gestern leider nicht mehr geschafft Äh Mehr aufzunehmen als, äh Die beiden ETS2 Folgen Die jetzt vor diesem Video erschienen sind Veränderter werde ich nicht mehr beschäftigt, aber War auch nicht verkehrt Das sind zumindest eine Sache, die ich jetzt nicht beginnen muss, äh Gut Nächste Woche Falls, äh Das alles ankommt, weil eigentlich hätte es schon nicht ankommen müssen, aber Wie immer mal wieder nicht angekommen ist Man kennt's Innerhalb einer Woche ist halt meistens gerne mal innerhalb von zwei Wochen Oder mehr Aber man hofft dann ja immer noch auf, dass es in einer Woche kommt, aber, naja Bisschen Partybeleuchtung Mensch, so stark muss auch wir nicht in Eisen gehen Oh Äh, Wahlberg natürlich Von wie denn sonst Fast ein bisschen zu spät Äh, Spokin war das, ne, wo wir hinfahren Ja Nein, das wollte ich nicht Ich wollte Hallo, danke Nein, das wollte ich auch nicht Ich glaube, wir müssen ein bisschen das Spinnen einlenken Ja Time to get the job done Äh Okay Danke für die Info, aber eigentlich gerade nicht Ich hab aber Probleme, die richtigen Knöpfe zu drücken So, 1200 Meilen haben wir vor uns Äh, 20 Stunden Ich sag zwar nicht schon Dürfe so ungefähr äquivalent sein zu Hm Ich persönlich rechne zumindest mit ungefähr zwei Stunden Vielleicht ein bisschen weniger So, 50 Minuten für 12 Stunden Fahrzeit circa, also Hoffe ich, also prinzipiell, ich, 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 ich rechne zumindest gerade damit, dass ich, äh, das alles noch in der Zeit schaffe Ich muss gerade schon wieder so ein bisschen um den Kopf rechnen, äh, da ich ja jetzt Gut, das ist jetzt prinzipiell nur ein Oh Äh, das war ein bisschen nur ein Video, was ich jetzt Wenig aufgenommen habe Gut, ich hab prinzipiell noch so zweieinhalb Tage mindestens Zeit Äh Für die restlichen neun Fahrten, die ich brauche, um das nicht mehr abzuschließen, bevor es zu Ende ist Eventuell habe ich sogar noch zwei Tage mehr Je nachdem, wie dann Die Schichten am Montag und Dienstag sind Ah, aber zweieinhalb Tage, das ist auf alle Fälle dann zumindest nächsten Sonntag genauso wie heute Dass ich eine Fahrt hinbekomme Boah, also ich versuche eine Fahrt hinzubekommen Also wir sind halt auch wieder so ein, so ein 1200er Ding Wenn das jetzt heute so hinhaut Ähm Und die Tage davor Ein 1 auf alle Fälle, dann bin ich endlich bei 15, sondern bei 6 Das heißt, dann fehlen mir noch 7 Das heißt, an einem Tag muss ich So ein 6-Stunden-Fahrzeuges sehen Und am anderen, äh, äh, das wird brutal Das wird brutal Vielleicht schaffe ich ja echt noch irgendwie In der kommenden Woche, beziehungsweise freue ich halt in dieser Woche Ähm Sofern ihr das schaut, wenn das Video rauskommt Äh Mit zumindest einem Abend so die Zeit zu nehmen Eine Fahrt zu machen Safety first und so Oder ich muss jetzt auch richtig reinhasseln, ne 학- ... 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 Bleib links. Mein Gott, gerade echt Probleme. Ich weiß nicht, ob das linke Auge aufzuhalten, was aber weniger an Müdigkeit oder sonstiges liegt, sondern eher da anders kitzelt. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es erst einmal in Cheyenne ist. Zumindest hier auf diesem Profil. Ja, aber gut zu wissen, dass hier im International, im International, im Freitainer Cascadia, äh, die Routenfahrzeit, dass die auch in den oberen dreistelligen Bereich gehen kann. Das hier schon im Betrieb, wobei mittlerweile werden ja nicht mehr Stunden, Minuten, Sekunden angezeigt, sondern nur noch, oder war das auch vor Sekunden? Das wird immer nicht mehr sicher. Mein Gott, die Mieserei hat gekillt. Oh Gott, also da könnte es nochmal ein bisschen Tag werden, oder? Das ist jetzt nochmal hier, auch wenn ich es, äh, beim Dings auch gesagt habe, äh, in einem der letzten ETS2-Videos, äh, ich war wahrscheinlich auch nochmal hier, ne, von den, den News Car Dealership, äh, Truck Dealership, bin dann da draußen, das ist eine 149, äh, 149, werde ich dann nochmal nutzen, äh, und um per Umfrage euch dann fragen, welchen LKW ich versuchen soll mitzubekommen. Hier wird es wahrscheinlich einfach werden, weil die Kohle, die haben wir ja, im Gegensatz zum, oh, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt ist gar nichts mehr. Warum musst du das machen? Ich sehe doch nichts. Und warum fährst du so langsam? Penner. Oh Gott. Warum fährt lang jetzt nochmal 60? Was soll denn Mist? Wir müssen auf alle Fälle nochmal tanken, ne, der, 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 der saugt ja wie, 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 ne? Wenigens anderes. Wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die, die, die Info, wie lange das mit dem Sprit erreicht, äh, im Cascader. N, C, EN, C. Boah, so ist ein N. Habe ich schon vorhin mal gefahren? Ich weiß gar nicht, ob ich bezweifle. ist. Ich bezweifle stark. Oh, was ich noch habe gleich. Mal wieder die Switch aufwecken. 70, okay. Haben wir eine Maut? Ich glaube nicht, ne? Nochmal eine Abfahrt. Können wir mal runter. Okay, wir haben noch 8 Stunden. Ja, würde ich schon fast sagen easy. Lassen wir das lieber. Das einzige was ich bisher noch nicht gemacht habe ist, dass ich, äh, äh, dass ich, dass ich, was, äh, meinen Faden verliert. Ähm, also ich habe bisher noch nicht, äh, ein Video editiert mit der Schärfe der Mora 13 oder gerendert und so. Aber, da mache ich mir jetzt gerade weniger Sorgen. Weil es da irgendwie Probleme oder so gibt. Werde ich aber heute noch zweimal machen. Also, ja. Zweimal sogar mehr oder weniger machen müssen. Zum einen ein bisschen voran zu kommen, was, äh, die ganzen, äh, Backups betrifft. Von Streams als auch. Ne? ETS5 muss ich jetzt auch mal hier. Damit es am Montag rauskommt. Das ist doch so eine Abfahrt. Wunderbar. Warte, wir dürfen nur 40. Jetzt dürfen wir wieder hoch auf 65. Weiter nach Spok Cain. Aber wir haben nur ein kurzer Fahr-, äh, kurzer Abschnitt. Und dann geht's gleich wieder, äh, äh, nicht mehr über Free Race und Interstate, sondern über High Race offenbar. Machen wir doch. Oh. Interessant. Das sieht ja auch interessant aus. Mit dem Baum und dem... nicht mehr intakten Bullenkupper? Damper? Damper. Damper. So. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Das wird sich hier noch ändern. Okay, ja. Dann können wir jetzt wieder das Ganze ausführen. Ich denke mal kurz vor Washington, ja, ab, saß da recht kurvenreich aus zu verkaufen. Auf kurvenreich aus auf der großen Karte. Jetzt weiß ich viel, was ich vergessen habe. Wenn ihr die ETS-2-Videos auch in der Reihenfolge gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, was ich meine. Ich habe jetzt, aber wisst ihr vielleicht nicht, oder könnt ihr euch vielleicht denken, was ich meine. Äh, ich habe vergessen zu schauen, ob, äh, äh, hier hat die Polizei anders. Was? Ich habe die Befürchtung, die sind nicht aus, aber ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ein Polizeiauto gerammt und nichts dafür bekommen. Ich meine, das passiert, aber ich glaube, es waren zwei Dinge, wo ich prinzipiell hätte blechen müssen. Wollen wir gleich nochmal schauen, also wirklich schauen. Und wir werden die Zeit auch dafür nehmen. So, wir hatten 1.200. Wir haben jetzt 400 hinter uns. Das ist ungefähr ein Drittel. Ich bin jetzt eine halbe Stunde dabei. Ich hatte, glaube ich, noch mal so ungefähr 5 Minuten Pause mehr oder weniger gemacht. Um das Jocken im Auge ein bisschen zu mindern. Hat auch gut funktioniert. Ich glaube, ich sollte auf alle Fälle nicht nochmal, äh, unmittelbar nach dem Aufstand anfangen. Sondern vielleicht eine Stunde später. Ich bin jetzt noch auf die Jahre der ganze Anfang. Ähm... Jetzt sind, glaube ich, ungefähr 10 Minuten. Ich habe ab jetzt so gar keinen Plan, was ich vorher gelabert habe. Deswegen. Nicht wundern, wenn das hier so ein weirder Cut ist. Äh... Weiß nicht, habe ich gerade über die 400... Irgendwas, äh... 400 Meilen innerhalb von... 1,5 Stunden geredet. 1,5 Stunden circa, ne? Also jetzt, gut, wird es wahrscheinlich 2 Stunden lang das Video sein, aber gestimmt. 1,5 maybe. Schauen wir mal. 1,5 oder... 4,0. 1,5... Jetzt müssen wir runter auf 5,50. 1,5. 1,5. 2,0. 1,5. 1,5. 3,0. 1,5. 1,5. 1,5. Nur diesen Abschluss zumindest, ich schätze jetzt mal, dass ich wahrscheinlich mal runtergehen auch. Okay, gut, dass es nicht mehr von vorne kam. Hätte ich vielleicht nochmal weiter runtergehen müssen. Aber gleich müsste ich hier auch eh abbiegen. Natürlich. Wie gesagt, schade, dass die Kütze nicht so lange sind in Vanilla. Wow, der war sehr kurz. Das würde mich interessieren, aber wobei, nee, kann man ja nicht. Es wäre halt schon spannend, wenn man das in den Config selber einstellen könnte, aber... Dem ist ja nicht so. Also bin ich mir sehr sicher, dass dem nicht so ist. Jetzt ist es wie schön, dass die Kurven reicher. Aber es ist einfach schön, auch die Landschaft. Ich würde sagen, ein bisschen schade, dass ich die ganzen anderen Events nicht mitgenommen habe, wo ein neues DLC draußen war. Dann hätte man auch ein bisschen mehr Abwechslung, auch was die Paintjobs betrifft. Habe ich leider ein bisschen verpasst. Moment, hier bin ich doch schon mal durch gewesen. Das war nicht mit euch, aber das war die Fahrt davor, meine ich. Komm, wenn wir schon mal hier sind und weil ich schon eh so viel Zeit liegen lassen habe, nehme ich den Viewpoint mit. Ich glaube, ich hatte den noch nicht. Das erste Mal hier vom Beuysen State Park. Das ist halt schon nice so. Ich finde auch die Viewpoints echt nice, weil dann sieht man halt auch wirklich, teilweise sieht man das von der Landschaft ja gar nicht so direkt, wenn man halt einfach am vorbeifährt. Aber dadurch, dass man implementierte Kamerafahrten hat, sieht man es ja dann viel eher. Schade, dass jetzt kein Gütezug rüberfährt, vor allem kein langer. Ja, mit dem Staudamm. Das ist schon echt nice. Neue Brücke, oder? Okay. Ich glaube, hier endet die Kamerafahrt. Wir sind ja wieder beim Truck. Da hört man auch viel mehr dann das Wasser rauschen. Ich habe die Festschlau-Bremse eigentlich nicht gelöst, ja. Dass man scheinbar immer wieder doppelt draufdrücken muss. Ja. Sehr schön. Ich bleib mal erst mal in 45 Malz Pörmer. Für den kurvenreicheren Abschnitt. Ja. Da wollte ich jetzt gar nicht wieder Gas geben. Hä? Oder war die 40 die... Okay, das war mehr eine Information als eine Vorgabe. Nur die Information, dass gleich das Tempolimit sich ändert. Ich wollte schon gerade sagen, du fährst erst aber nicht. Ist das ein Bahnübergang? Ja, ne? Oder sollst du die Kirche darstellen? Oder sonst was? Okay, da ist jetzt ein Bahnübergang. Aber es war vorglaublich dann wahrscheinlich ja nicht. Was auch immer das war. Wahrscheinlich dann jemand anderes. Keine Kirche. Äh. Ach, weil das ist mir zumindest meine Antizipation... Antizipi... Ja. Auch weil ich das zumindest ansieht. Ja. Gedacht habe. Meine Fresse. Wenn man schon nicht mehr reden kann. Weil man in der Pause nichts getrunken hat. Oh, sehr nice, der toter Baum. Also der Vordach. Nice meinte ich eher nice aussehend. Jetzt kämpfen wir uns wieder den Berg hinauf. Und das sind Cascadia. Ich glaube, ich habe hier nochmal den International Lone Star. War das Lone Star? Ich glaube schon. Auf dem Profil. Hat zwar momentan weniger PS als der Freight Dylinder Cascadia, aber... Geh direkt. Den habe ich auch glaube ich nicht weiter geupgradet, nachdem ich hier den Cascadia hatte. Und wir sehen, noch einige Level dazu gekommen. Dank der lange Fahrten. Und wir sehen, noch ein paar Fahrten. Die Landschaft ist doch schon echt cool. So, mit den Felsen in der überliegenden Landschaft. Die Uhr wieder aktualisieren mal. Also den Bildschirm für die Uhr. Oh. 45 incoming. So, mit den Vorwarnungsschildern vom Speed Damage change. Oh. Schon wieder. Ja. Mach ich doch. Klar ist es beim letzten Mal. 45 vorgewahrt, die 30 nicht. Hätte aber halt auch sein können, dass es in der 45er Durchfall ist, ne? Das ist es halt. Wird die Ampel grün sein? Oder müssen wir bremsen? Sie wird grün werden, aber bremsen muss ich trotzdem. Ich sehe schon, dass wir noch mitnehmen könnten. Ne, wir konnten sie mitnehmen. Geh, du kannst dich. 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 Das Beschleunigen ist halt eigentlich auch nicht völlig sinnvoll. Vielleicht biegen wir ab. Aber sind sie bei Cody, okay. War ich auch nicht gewesen. Also auf keinem der Profile. Oh, woher denn jetzt wieder alle abbiegen mit mir? Finde ich nicht gut. Können ich in einem Rutsch abbiegen. Ich habe dann beiden Schleicher zumindest. Vielleicht Schleicher noch vor mir. Spokane brauche ich noch gar nicht gucken. Wir sind noch viel zu weit entfernt für Spokane. Ich sage ja, Schleicher. Weiß nicht, ich glaube der Tank dürfte es überreichen. Also ich muss dann zumindest zwar nach der Fahrt tanken, aber für die Fahrt dürfte es reichen. Mein Gott. Okay, ich will beschleunigen doch mal ein bisschen mehr. Das macht die KI scheinbar auch. Ich weiß noch, okay. Aber auch nur kurz. Weil wir schon wieder die nächste Ortsdurchfahrt haben. Mit 30 Sachen. Ich bin in der falschen Spur. Ich merke schon. American Lines. Interessantes Design. Warum parken die im Gegenverkehr? Also so herum. Also so beaucoup. Wenn du sie gerade machen kannst, wird es nicht mehr so schnell. Und wenn du die Fahrt truffst, kannst du das Fahrt nicht mehr so schnell. Wir können nicht mehr so schnell. ist der schon manchmal mit den Geschwindigkeiten der KI ein bisschen so ein Krampf, ne? Vor allem, wenn man dann auch so ein bisschen die Zeit im Nacken hat, auch wenn sie nicht so stark im Nacken ist, weil es eigentlich, ja, wir haben jetzt 600, wir haben jetzt eigentlich die Hälfte durch, das war jetzt, kommt eigentlich so ein, also ein Stündchen bin ich jetzt dabei, aber, äh, doch so, ähm, aber, ja, wir haben es jetzt 13 oder 45, ich denke mal, ich komme also gegen 13.40 Uhr spätestens an, dann habe ich noch genau die Zeit, die ich mindestens haben wollte, bevor dann die Schicht beginnt, schlafen wahrscheinlich dann da hinten, was auf die Interstate 90 geht. So. 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 Dann kann ich nicht, ob ich Nobel beschreutigen will oder nicht, ne Magdi nicht. es geht bestimmt wir müssen eher biegen das ist egal wie beides runter geht schwachste punkt dürfte nur 65 ok dann kommt eher das schild für 65 und nicht das 70er schild das autos dürfen wir auch nicht ganz so schnell ich glaube wir ziehen besser als der also das peterbild canvass ich glaube kein was ja tun wir auch und zumindest den das mal zu wenden ja ich brems ja schon ab sind bei l'oreal ok dann beim grenzübertritt ist dann geschlafen weiter denkzahlen bei aus mach ich doch jetzt erst mal was schild Uh, das ist aber auch cool hier mit dem Zug neben einem. Wir sind ja leider nicht allzu lang, aber schön ist es trotzdem. Vor allem, weil er auch mit 35 fährt. Und da zog er davon. Ja, ist ja gut. Muss ich auch erst mal hinkommen, ne? Ich sag mal, so rasch hätte er willkommen. Ich sag mal, so rasch hätte er. Ich sag mal, so rasch hätte er. Ich sag mal, so rasch hätte er. Wenn das Event durch ist, äh... Ja... Ich werde auch mit dem ganzen Aufnehmen vom Cruising-The-Balkans-Event fertig bin. Vielleicht fahre ich dann einfach mal hier ein bisschen in ETS bei und erkunde, ähm... Texas, Wyoming und Oklahoma. Und fahre dort ein paar Aufträge hin und her. Nehmen wir euch natürlich mit, ähm... Aber einfach, weil ich es halt hier auch ein bisschen verpasste habe. Also, ich glaube, das waren die beiden drei Schaden, die ich verpasste habe. So, wirft mir beide jetzt auch selber vom Fahren her. Wie man ja auch gut bei der Dings erkennen konnte. Bei der Erkundung der Kerle. Ich meine, dann bekomme ich nichts dafür. An Belohnung, aber... Ich hab's erlebt. Dann können wir auch den Trailer so ein bisschen mitnehmen. Dann steht der Verstaubte nicht in der Garage. Da würde mich interessieren, kann man eigentlich... Man kann ja eine Schnellreise machen. Kann man auch mit dem Trailer eine Schnellreise machen? Frage für einen Freund und so. Wir sind noch gut drin. Vorne passt, dann passt auch hinten auch. Okay. Wir sind nicht sehr gut drin, aber... Okay. Okay. Wie wir sehen, sehen wir fast nichts. Dann wollen wir mal die restlichen 500 Meilen antreten. Dann... Ich hab zuvor nicht darauf geachtet, wie viele Meilen wir noch hatten, bevor ich mich hingelegt habe. Lag hier, war ich nicht gut dabei. Wir sind dann da um 9 Uhr, das heißt, wir fahren in den Tag wieder hinein. Das ist doch auch schön. Aber wie gesagt, wenn ihr das gerne sehen wollt, äh... Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit wir haben... Anzwischen den Events, weil dann... Ich rechne stark damit, dass wahrscheinlich, wenn das letzte Event-Video von Cruising the Balkans rauskommt, dass dann auch schon das... Äh... Christmas-Giving... Given? Given... Event... Beginnt... Aber schauen wir mal... Aber schauen wir mal... Immer diese Geräusche... Schöpfe... Vom Zug... Von den Beinwegern... Nehmen wir halt die Sieg, ne? Schon immer so ein bisschen schade. Der Tank sollte echt reichen, naja... Dann... Muss reichen. Wenn der Tank nicht reich, ist der selber schuld. Ha! Ich würde schon sagen, das reicht. Ich hoffe es. Sagen wir mal so, ich hoffe es. Ich hoffe es. Sagen wir mal so, ich hoffe es. Okay. Es war mehr als ich dachte. Es sah für mich vom Weiten eher aus, wie jemand angehalten wurde. Aber dass sie so langsam gefahren sind, das hätte mich schon früher schutzig machen sollen. Not gonna lie. Wie gesagt, ich glaube ich sollte nächsten Sonntag dann, wo es ja dasselbe Prinzip ist, was meine Arbeitszeit betrifft. Soll ich zumindest vorher irgendwie noch die erste Stunde beim Wachwerden nutzen, zum Wachwerden nutzen und auch zum Frühstücken. Vielleicht bin ich noch ein bisschen mehr auf dem Damm als jetzt. Ich frage mich ja mal über den Rüttelstreifen fährt, ob dann die Reifenabnutzung auch höher ist oder nicht. Oder allgemein die Abnutzung. Karosserie und sonstiges. Wo war das Chassis? Ich weiß es gar nicht mehr. Fahrzeugkabine, Reifen, Chassis und Motor, oder? Was repariert werden können muss. Was heißt er können, können sollte oder whatever. Repariert werden müssen, können sollte. Nein, das war wieder mal die falsche Taste. Aber das holte ich noch nichts Neues. Ich weiß nicht, dass ich die falschen Köpfe drücke. Wobei eventuell, also vom Timing her wird wahrscheinlich dann in der Zwischenzeit dann auch, äh, die 1,49 wahrscheinlich draußen sein, gehe ich mal davon aus. Ich würde auf alle Fälle vor dem Christmas-Given-Event kommen. Ich bin mir sehr sicher. Oder sogar mit dem Christmas-Given-Event. Who knows, aber ich glaube, ich, 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 oh Gott. Ich persönlich schätze, nach dem 14. November, im November. Also im November, nach dem 14. November. Wäre zumindest meine Vermutung. Ohne da genauere Infos zu haben, oder genauere Daten. Wie es in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit war. Ich habe bisher immer noch nicht mal die Videos angeschaut. Muss ich echt mal machen. Habe ich ja jetzt, äh, wieder ein bisschen mehr Zeit zu, weil ich ja nicht die Zeit habe. Glücklich zum Aufgehen. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Erst dann nicht bekommen wir was freigeschaufelt, aber... Rechnen wir damit einfach mal nicht. Warum fahren wir mit 40? Warum fahren wir unter 40? Warum fahren wir unter 40? Deswegen fahren wir unter 40, weil... Ich wollte gerade sagen, weil da ein schwebendes Schild ist, aber... dem war nicht so. Okay... Ich gehe mal runter auf 60. Die 65, die schaffen wir ja sowieso. Weil es aktuell noch bergab geht. Das lag ich ja. Okay, nicht ganz, weil der Retarder besser ist, aber... ich bin noch... jetzt bekäme ich nicht einfach mal auf 50... À, also die 65 hoch ist. Ich bin noch auf 60... Da weiß ich aber noch mal auf deiner 36. ... sie sind auch nur da... Ein Budde vorbei, 380 Meilen, da geht es weiter nach oben, Waage, Safe müssen wir raus. Ich habe jetzt schon recht, bleibe ich jetzt hinter dem wahrscheinlich Kohle oder Erze, LKW. Ja, PrePass könnte, 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 ne, war klar. Hab ich einfach gewusst. Neuer Bundesstaat, bereits mal durften wir durch. Okay, let's find a new route. Nach so ein bisschen Wartezeit wäre schon nice, weil manchmal ist es vielleicht alles okay, aber sie wollen trotzdem raussuchen. Also, kann ja prinzipiell mal vorkommen. Das ist doch, was der da drin sitzt, das ist doch irgendwie ein bisschen Sass. Wenn das ein bisschen Sass ist, obwohl die Gewichte stimmen oder so. Mal Routinekontrolle. Ist ja ne Sache, die mehr oder weniger implementierbar wäre. Wie die Röntgenhalle. War das, war das, war das, ich glaube von, ne Moment. Die Röntgenhalle zwischen Alban, ne Moment. Doch, zwischen Albanien und, und, und Nordmazedonien war das hier, glaube ich. Also, ich würde zumindest fühlen, dass man, keine Ahnung, eine Wahrscheinlichkeit von 1 bis 5 Prozent oder so, dass man, trotz guten Gewichten auf den Achsen und gutem Gesamtgewicht trotzdem rausgewogen wird. Und, 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 und. Einfach für die Inspektion. Oder allgemein so Inspektions. Dass das implementiert wird. Weil es ist ja schon, äh, doch. Zumindest im Kopf wird das Trucker Alltags halt, äh, drin. Ein bisschen bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber wie gesagt, müsste dann halt echt schon, ein sehr geringer Prozentsatz sein, dass das getriggert wird. Und, 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 und. Das wäre jetzt zumindest so mein, meine, meine 5 Cent dazu. Reisekram. So, das ist der Grund, das wäre auch. Wie gesagt, ne, das war die Nase. wegen, äh, äh, ja, wie ich früher hatte, als man das letzte Mal vorgeschaut hat, oder jetzt gemerkt hat, hilfreich nicht. Da habe ich auch schon fast gleich drauf schauen müssen, wenn man sich eh nicht merkt. Aber ja, was mit dem Tank, das passt. Sind wir schon bei der größeren Stadt, Fragezeichen, oder warum? Ach, ja doch, bist du da, doch schon etwas größer. Also prinzipiell kann man ja echt hier mit dem Halloween-Event echt eine super Stelle hinter sich bekommen. Also gut, ich glaube, für das Event-Ding sind ja die Meilen auch wichtig. Ich gucke jetzt mal nach. Äh, nee, Deliveries. Weil man hat ja eigentlich keine Limitationen oder kein Minimum an Kilometer. Das heißt, prinzipiell könnte man ja so, weil, an meinen Prinzip, wir könnten ja echt so, einfach nur innerhalb der Stadt fahren. Also das ist ja eigentlich möglich, so gesehen. Also Speedrun mäßig, äh, hätte man das ja super schnell hinkriegen können, noch als Community, also schneller als einfach nur zu fahren. So wie ich gerade. Ich habe eigentlich immer in Erinnerung, dass es eigentlich bei jedem Event eine Kilometeranzahl gab. Ein Minimum als Voraussetzung. Aber das machen wir natürlich nicht. Auch hier fürs für mein Personal um mein Personal Event Goal zu hitten, damit ich fürs Global Event Booms halt auch äh, mein Personal Reward, damit ich mein Global Reward auch bekomme, werde ich natürlich normal fahren, so wie es auch äh, heißt im Grunde genommen eigentlich nur die, 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 die guten Aufträge, die langen Aufträge und die bezahlt werden. Es sei denn, wie es so ein Tag ist wie heute, dann werde ich nochmal ein bisschen mehr auf die Uhrzeit achten müssen, aber ansonsten eigentlich, äh, ansonsten eigentlich das, was ganz oben steht, auf der ersten Seite. Ich habe viel Zeit, das sind das, was ganz oben steht, was ganz oben steht, das ist das, was ganz oben steht, das ist was Gnomein, das ist das, was ganz oben steht, das sind Wann, Es ist schon echt nice mit dem Sonnenaufgang, den Hügeln, dem Nebel. Es darf wohl auch ein bisschen weniger decken, da habe ich gar nichts dagegen, bin ich ehrlich. Aber ich denke, was wir wahrscheinlich jetzt gewesen sind, die Reste von, äh, was war das? Nicht Missouri, äh, Missoula, okay. Hier sind wir in der Nähe von Thompson Falls, also wir sind eigentlich schon jetzt, sind wir schon bei, äh, Wyoming war es doch, oder? Ich glaube ja. Ah, ne, Washington, meine Güte, Wyoming. Wyoming ist ganz so anders und habe ich noch nicht entdeckt. Ob ich noch nicht gewesen, doch bin ich, glaube ich, schon gewesen. Bin ich da gewesen? Ich will nichts Falsches sagen. Äh, okay, never mind. Ich will justen mal kurz sein, da bin ich gewesen. Ugh, bitte nicht. Bitte keine Waage, danke. Bitte nicht wieder raus. Guck schon, Bypass, 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 Bypass. Nice. Alles klar, das ist 50-50, ne? Zwei Wagen raus, zwei Wagen weiter. Waren dann gerade drei Kreuze, oder? Was sah das los aus? Hat das getäuscht? 166 Meilen, das Volkaine, wir sind so gut wie da. Ich komme jetzt leider nicht mehr nach links. Und jetzt nicht mehr aus dem Quark. Okay, ja gut, 136, easy goal. 136 vor allem, 136 meinte ich. Das passt. Oh, 55. 55 wegen der Kurvenlage. Oh, nochmal an Kördalene vorbei. Okay. Ah, hier ist glaube ich bergab, deswegen. Ich habe nochmal so eine Breakcheck Area und wir sind jetzt in Idaho. in Idaho. Okay. Nochmal ein kurzes, paar Meilen durch Idaho. Und dann nach oben schicken wir rein. Habe jetzt nicht mehr schlechter noch lenken können. Also irgendwie schon eigentlich, aber offenbar nicht. Habe ich auch schon mal gesagt, ich fände es glaube ich ganz nice, wenn so teilweise auch Baustellen, die am Anfang drin waren, dass die irgendwann mehr oder weniger verschwinden. Also fällig werden. Vielleicht auch mit Events oder so. Also klar, mit Events halt verbunden so ein bisschen. Das wäre glaube ich doch so eine nice Sache. Aber es halt fragt, wie sinnig das ist. Oder was für ein Mehraufwahn das halt ist, ob das sich halt lohnt. Da wäre zumindest so eine Möglichkeit, wodurch auch die World of Trucks Aufträge auch noch mehr Auswirkungen haben auf die Ingame-Welt. Halt quasi so wie bei dem, also jetzt nicht, nicht genauso wie beim, äh, 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 Brücken-Event von, äh, Genua. Sondern halt nicht exakt so, aber halt vergleichbar. Dann wurde die Brücke ja auch wieder aufgebaut. Sowohl die CR, ach ja. Sowohl in Game als auch in Realität. So. 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 sind wir bei Cerdaleen. Wo sind wir schon weiter? Okay, ja gut. Wir sind auch schon gleich bei Spokane. Aber wir sind, das dürfte noch, ja, dürfte glaube ich noch Cerdaleen sein oder schon Spokane. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt keine Waage vom Ende, ne? Könnt ihr mir nochmal gönnen? Keine Waage. Vom Abladen. Bei Coastline Mining. Von Spokane. Aber jetzt, jetzt müssen wir selbst wieder raus. Waage, keine Waage, Waage, keine Waage. Jetzt müssen wir wieder raus. Also, stay left. Ich hab's ja gesagt. Recomputate. Nach meinem Rolling Stop. 75 Meilen noch. Da haben wir hier so ein bisschen die Outskirts von Spokane. Ist ja schließlich ne Mining Site, wo wir entfahren. Nicht ganz auf 65 Meilen zwar hoch. Sondern nur auf 65 Meilen. Und Herr Roman Einstein, uli. Ja. Doch, Tempomat. Das war die Cruise Control. Wer weiß. Beides. Beides war richtig. Weiter mit 60. Wir fahren einfach weiter. Stay left. Jetzt. Also, die 55 Meilen schaffen, oder die 60 Meilen schaffen wir auch noch mit dem Tank. Da kommt noch mal eine Waage. Nach dem Muster ja eigentlich müssten wir dann nicht raus. Schauen wir mal, ob dem so ist. Ich bin gespannt. Es wäre nice, wenn wir nicht raus müssen, weil dann müssen wir nicht raus und das Gleichgewicht ist beibehalten. Nicht so wie bei der vorherigen Fahrt hier in der ATS, wo ich bis auf einmal eigentlich immer raus musste. Stay right and then exit right. Exit right. Exit right. So, schon viel länger muss ich ja sechsmal raus und einmal nicht. Ah, dem Airport von Spokane geht es. Wobei der Airport ist hier. Ist ja wie hier ein Flugzeug. Noch nicht, wie der Flughafen ist. Hä? Ah. Wahrscheinlich irgendwo in der Gegend. Oh, so. Noch ein deutlicher Schritt gehen weiter. Das ist auch die Frage, wie groß die Flugzeuge sind, die da fliegen und landen. Also, ob das eher so Privatfahrzeuge sind, äh, privater Nutzen ist oder schon ein bisschen kommerzieller. Na komm. Go straight. Nice. Das Pattern, es bleibt. Ich weiß nicht, ob wir gleich hier in der Nähe schlafen und tanken können. Da fahren wir Richtung Grand Coulee. Okay. Auch wenn cool wahrscheinlich. Wie geht es sich an? Das bietet sich ja an. So, gleich die, ach, wahre sage ich schon gleich die Ausfahrt. Das ist der Coastline Mining. Noch nicht hier. Sogar mit integrierter Waage, wenn man rausfährt, nice. Also brauchen wir jetzt nicht beim Reinfahren, aber beim Rausfahren ist es halt schon, äh, dann weiß man zumindest wie viel man zieht. Es war eine schöne Reise. Ich muss vielleicht nochmal einstellen, dass ich nicht automatisch das habe. aber, sehr schön, ausgezeichnet natürlich. Heather Wintreeds von Denbren aus Vokane geliefert. Gefahr hat 3.204 Meilen. Das hat 1 Stunde und 9.40 gedauert. Gar nicht mal so verkehrt geschätzt. In zwei Stunden, gut, ein bisschen Pause war noch dabei. Aber, also ich schätze mal, ein Video wird vielleicht 1,35 sein. Plus Minus. Ähm, 201 Gallon Verbrauch. Das war der 120. ATS World of Sharks Auftrag. Es gab ein neues Level. Ähm, 92.000 Dollar und 2437 Erfahrungspunkte. Dann gehen wir jetzt auf wirtschaftliches Fahren. Und danach ADR Klasse 5 müsste das sein. Ne, 6 sogar. Die 5 gibt es gar nicht. Ähm, gut, genau. Jetzt haben wir ein neues an Teilen. Du schon hier. Und bei einer mehr. Hier wahrscheinlich nicht so gut. Brauche ich eigentlich nicht. Wir gucken. Äh, ich möchte das selber. Im Grunde genommen. Äh, ja, das kann man dann pennen. Ne, man kann tanken, aber nicht pennen. Dann... fahren wir mal hier hin. Und tanken dann einfach mal auf dem Weg. 642.000 sind jetzt auf dem Konter. Sehr schön. Beide uns mal ein bisschen. Ich beeile mich mal ein bisschen. Turn right. So gut es halt geht. Mit den Cops jetzt vor einem. noch mal CR-Fahrers rum und rum drauf. Ja, eben voll tanken und dann das Stück hier weiter fahren. Dann haben wir ja doch ein Flugzeug. Okay, noch nicht. Noch nicht ganz. Ein bisschen riskier genommen die Kurve, aber hat geklappt. Ist auch schon ganz viel runter gefahren da. 7.000 Meilen. Ein bisschen mehr als 7.000. Ein bisschen mehr als das da steht. Also 7.2 oder so. 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 Boah, wie ich da fast 5 Dollar. Cool, coole Werbung. Von den Firmen, für die man auch fahren kann, oder zu denen man fahren kann. Finde ich cool. Gefällt mir. So, schnell weiter. Nevermind, I'll find a new route. Stay right, and then continue straight. Go straight. Schlafen halt beim Viewpoint haben wir auch ein bisschen was zum Einschlafen. Also nicht, weil es langweilig ist, sondern ein Ausblick. Schön Ausblick beim Einschlafen. Nicht ganz, aber es stimmt. Um Anhänger rauszukommen, ist ja auch nicht ganz so einfach. Von der Seite zumindest. Da fehlt nicht viel. Da fehlt echt nicht viel. Ja, in dem Sinne beteiligt mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es hier weiter geht mit einer längeren Fahrt. In ATS für das Halloween Event, was noch bis zum 14. November geht. Also wenn ihr es auch noch nicht fertig habt, dann ist jetzt noch eure Zeit. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ABC 恩